...in internationalen Meisterschaften teilgenommen haben, gell? Und wen hast du jetzt? Das war mal gucken. Wer ist das? Rojas Rukiraj! Bravo, braun! Wer ist das cool? Tja, jetzt kommt zu uns Lisa Katharina Hill. Let me go. I don't wanna be a hero. I don't wanna be a victim. I don't wanna be a victim. I don't wanna be a victim. gradeline. Ja! 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 Hey, brother, there's an endless road to be discovered. Hey, sister, no water sweet but blood is thicker. Oh, I'm falling down for you. There's nothing in this world to do. Hey, brother, do you still Happy! Hey! Yeah Yeah, that's right! Die Stimmung ist großartig. Wir laden Sie ein zum nächsten, übrigens 2014 dann. Da sind wir alle wieder mit dabei. Was ist dein Fazit? Ja, du, ich würde sagen, es ist hervorragend gelaufen. Alle haben prima mitgemacht. Seem Ratschid ist soweit nichts passiert. Das tut's weh, ja, aber er kommt drüber hinweg. Das geht recht schnell.